Was ist denn das? Ach, Schutzanzugjacke hab ich gefunden. Eine Jacke, okay. Ja, weiß ich auch nicht warum das so ist. Manchmal so, manchmal so. Was sind denn das für komische Teile hier? Ja, hier liegen... Oh, scheiße! Eisen, ne? Nee, du bist auch nicht mehr drin, gell? Nein, ist egal. Sag mal, hat's hier überhaupt irgend... Warum sind eigentlich die... Hast du die hier ausgeschaltet? Ich habe überhaupt nichts an deiner Technik gemacht, nein. Haben die hier wieder irgendwie ein Teil weggerotzt? Weil oben funktionieren sie noch? Ja. Das ist ja das, was ich letztens schon sagte, ne? Und die hier, die funktionieren schon wieder nicht mehr. Die sind auch wieder fit hier. ...Made Traps hier. Auch... Ja, auch nur ein bisschen reparieren müssen. Na gut, hier hinten, das ist... ...finde ich schon zu lange her alles, gell? Das ist... ...finde ich schon wieder alles weggespawnt. Naja, hier ist auch gar nichts mehr. Aber hier ist auch wahnsinnig. Der Zaun ist ein Arsch logischerweise. Aber... Ich glaube wirklich in die Grube haben es glaube ich überhaupt keine geschafft, oder? Oder vielleicht... Die an der Ecke jetzt zum Schluss hier vorne, aber das ist... Also... Ja, ich sehe also... ...hier haben sie wieder so ein bisschen den... ...Dingsbums zerstört. Den... ...den... ...Aber das ist eigentlich... ...der hält eh nix aus. Das ist also... Was sie gemacht haben, die haben uns ganz schön oben ans... ...ans Haus gerotzt. Ja, habe ich gesehen. Äh, vielleicht... ...haben sie damit da irgendwie was getroffen und schon gehen unten die Blade Traps nicht mehr länger. Ja. Ja. Mal oben gucken. Gut, hier oben sind da aber keine Schalter mehr und nix. Tja, ähm... ...muss ich mal gucken, was da jetzt... ...wird krank. Ich habe keine Ahnung. Hm. B0. Der stromt der nach... Oh! Doch! 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 Ich sehe es gerade. Ja, das ist auch noch so ein Schwachbind. Äh... Ich... 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 Ich muss das anders verkabeln. Weil da können sie hinrufen. Ach so. Den hier unten. Hm. Warte ich... Hier unter mir, da war noch ein weiteres... ...ääh... ...verteilerrelais. Das haben sie hier weggerotzt. Ach so. Hm. Ja, puh. Ja gut, wenn sie da drüber sprechen... ... ist halt... ... geht's dann doch. Boah, ja dicht machen. Ja, haben wir jetzt extra hier... Oh, wir... ...wir brauchen noch Darts... ...und so. No? Ja, und... ...äh... ...direkt hier, weil... ...äh... ...äh... ...im Prinzip... ... geh ich ja sowieso bloß... ...äh... ...äh... Ach so, von da nach da... ...und dann... ...kratz ich hier in die Wand mit. Ja, eben, weil... ...äh... ...ja... ...das macht natürlich Sinn hier. Schwachpunkt... ...äh... ...äh... ...n Schwachsinn... ...und Schwachpunkt... ...da könnte man... ...wie gesagt... ...feuer in die Inneren... ...hm... ...so, jetzt schauen mal... ...das waren die einen... ...hier... ...gicht... ...hier... ...was ist denn außen reingespuckt... ...okay... ...das Ritz hat die... ...aha, okay... ...das Ritz hat die unteren... ...okay... ...äh... 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 ...das hier kaputt gemacht... ...und die von hier... ...ja... ...die äußeren Datenschaps... ...oh, das ist jetzt... ...oh, das ist jetzt der hier... ...das sind die äußeren Datenschaps... ...genau... ...das Schild da dran worden... ...ja, wirklich... ...ja... ...wenn sie es nicht... ...gleich wieder wegrotzen würden... ...ja... ...mit der Kunden... ...swordthelm... ...sechser Eisenstiefel... ...naja... ...blood war natürlich wie immer... ...herausragend... ...wahnsinn, ja... ...fünfer Stahlschaufel... ...fünfer Baseballschläger... ...n Bicycle Handlebar... ...wow... ...n Bicycle Handlebar... ...äh... ...kannst du mal schauen... ...äh... ...ich hab hier... ...Wasten Treasher 7... ...oh... ...hab ich das... ...vielleicht... ...und das dann das für dich... ...oh... ...wo ist denn der Scheiß... ...ne... ...leider nicht... ...leider nicht... ...leider nicht... ...ne... ...freulich... ...ja... ...da wo wir immer stehen... ...da wird immer übelst rumgerotzt... ...ge... ...also äh... ...da... ...weil die Cops ja uns treffen wollen... ...treffen sie natürlich dann auch immer... ...äh... ...das Haus... ...das... ...was... ...äh... ...logischerweise... ...hinter uns ist... ...ja... ...naja... ...nehm... ...das dein... ...Gangarten mal oben in Mitleidenschaft gezogen wird... ...oder das Glasdach... ...stürzt uns dann weg... ...wow... ...der eine Turm... ...oh... ...der eine Turm... ...der hatte nur noch... ...wenn ich es richtig gesehen habe... ...22 von 1.000... ...der eine... ...der eine... ...der eine Geschützturm... ...der war also so gut wie im Arsch... ...oh... ...fett... ...außenmauern... ...leine repariert... ...bine... ...so... ...beschädigt... ...das ist auch ziemlich gut beschädigt... ...oh... ...ich seh grad... ...oh... ...unterhalb... ...unterhalb von unserer... ...ähm... ...Zugbrücke... ...liegen noch... ...ähm... ...Mutbeutel... ...oh... ...nicht viel... ...aber... ...m... ...h... 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 ...die Zugbrücke ist auch angeschlagen... ...ne... ...schwups... ...wow... ...ja... ...hat sich gelohnt... ...oh... ...eh... ...ne Schutzanzug... ...Maske... ...oh... ...da haben wir jetzt... ...jacke und Maske... ...ne... ...ist gut... ...äh... ...waren das jetzt noch die beiden, oder? ...das hab ich gar nicht so genau nachgeschaut... ...aber es... ...waren nur die beiden, ja... ...so... ...ja... ...das hier... ...das ist was Stahl... ...was ich gerade einstecken hab... ...kommt nicht lang... ...mhm... 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 ...ich hab schon hin und wieder... ...er gehört, dass du was sagst... ...aber... ...das ist... ...was will er denn jetzt... ...das ist so laut hier... ...die gab... ...geschützt... ...hier rum... ...eh... ...wahnsinn... ...ne... 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 ...ich hab gesagt... ...pass auf... ...ich geh schnell mal hoch... ...hol das Tourerzeug... ...und tu noch die Leiter reparieren... ...und... ...naja... ...ok... ...das... ...das hab ich überhaupt nicht gehört... ...wir hat die Leiter nebenbei noch gebaut... ...ne... ...ok... ...ok... ...hahaha... ...äh... ...so... ...bier... ...wo ist deine Bierkiste... ...ja... ...die ist die... ...angemalte... ...oder... ...Blumentopf drauf steht... ...mhm... ...mhm... ...so... ...nach so die Tränke... ...Hm... ...ρεί... ...nochmal hier hoch... ...ja... ...so... jetzt habe ich keinen Stahl mehr... ...do... 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 ...das... ...was war das? ...was war das? und meine Frames hin ich bleibe auf die Arme achso die Kiste die Essenskiste ist voll scheiße andere würden sich freuen wir sagen scheiße genau scheiße wir haben zu viel Krempel hier die Tiere durch Waldes dürfen überleben genau da haben sie ein bisschen ja da haben sie 800 bis 1000 hier sogar 1200 weggenommen schlimm ist es nicht ich hätte schon gedacht wir gucken dann mal hinter uns kurz und sehen wo ist noch eine Ruine da oben aber so wild ist es nicht auf der Höhe ist gar nichts wo bin ich würde ich sagen machen noch bis um sieben war ja gute zeit das geleiter ich habe hier wieder mal auf die m60 gewechselt weil ich gerade weil ich nicht warten wollte bis die die ak wieder repariert ist deswegen habe ich hier hin und wieder mal mal schnell die ak repariert und auf die m60 gewechselt wo haben wir rest was man trotzdem wieder was habe ich nicht so knapp 5000 schuss wird es noch 1200 wieder das fressen ist krass irgendwie müssten die 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 mal länger durchhalten du bist ja nur am munitionswechseln bei den dingern nachladen die ecke das ist alles noch dabei so ist mir pro klammer gucken das war jetzt gerade noch ein level abgemacht das nehme ich noch mit rein ich habe 16 punkte scheiße ja ich hatte ich hatte vorhin hat es ja auch schon zehn oder zwölf und jetzt habe ich ich tue über 20 ich tue gerade bei mauszeiger hier die er die zahl 28 umkreisen 28 punkte scheiße man hat das ist echt hart noch ein 10 wieder aufstocken ja hier das ging ja das ging ja so schnell weg das zeug ist der wahnsinn na ich hatte 2000 bin nochmal hoch hat die 3000 geholt dachte aber schon kannst du noch was abgeben und alles so wie ich haben wollte es gucke ich rein 400 schuss noch doch okay also meine meine herren ach mit eisen wegen weiter buchstabe kaputt ist was geht mit der buchstabe da kann ich erst mal hoch das ist echt ein luxus problem wenn man jetzt hier für das selbst gemachte essen schon eine eigene kiste machen muss weil man so viel davon hat hier hast du die maske reingetan oder natürlich den jackeländer nehmen ich wollte noch mal ein paar dingsel herstellen ein paar wasser könnten eigentlich immer wieder ich schatze nicht überhaupt was mit gläsern mal wieder ein paar auffüllen hier so so wie lange dauert denn 60 wasser knapp drei minuten hier noch flinde eine flinde haben wir noch hier oben schonmerce 2 1 2 5 4 9 4 2 2 2 so ich hole mal kurz ein bisschen wasser so hast du jetzt die zweite essenskiste ja ich hab ich hab's wieder so gemacht hier die andere konserven wieder kuchen wurde einfach zu viel getränke und hier noch honig das bräst du hast noch zurück erst mal das mit dem bauern ist schon komisch oder das ist jetzt mal kamen ja beim letzten blutung bekam ich auch keine aber wir haben das doch dann noch mal gestartet glaube ich gewinnen weiß gar nicht genau was für ein grund und beim zweiten mal haben wir keine mehr trinken herstellung so haben wir mal jetzt ist das natürlich überall 20 tonnen eisen drin aber wir haben keine cruis ach so also wenn wir stahl machen genau genau warum bauen wir kein cruisable können wir auf jeden fall halt noch ein paar bauern oder was braucht man dafür geschmiedetes eisen und der rest ist ja eigentlich steine ja steine steine aber auch lehm also wir brauchen geschmiedetes eisen keine steine ölehmlich willst du machen aber auch immer ein paar steine von den geerde was noch öl war es noch ja da setzt noch an und dann ist ja schon im sieg genau was doch er bekanne gepost aber die eigene kennengelerde ich kann machen fünf stück soll ich das lang das land auf jeden fall und aber feierabend so gut bin ich schon mal schon aus ja es war mir